Ich möchte euch zeigen, wie man einen Baum ganz einfach und schnell zeichnen kann und dabei wird unser Baum plastisch wirken und der wird auch lebendig aussehen. Ich nehme einen schwarzen Buntstift, mehr brauche ich nicht und ich fange an zuerst die Schattenbereiche zu schraffieren. Ich muss mir jetzt diesen Baum ausdenken, ein bisschen improvisieren, ich habe keine Vorlage, aber es ist vollkommen egal. Also ich weiß auch, dass das Licht von oben rechts kommt, deswegen habe ich hier auf der linken Seite die Schattenbereiche auf meinem Baum. Hier der große Schatten, hier etwas kleiner wahrscheinlich, hier noch ein bisschen, vielleicht etwas mehr, hier noch etwas. Hier irgendwo noch einen kleinen Schattenfleck oder Schattenbereich. Ja, und je höher desto mehr Licht kriegt mein Baum ab. So, das ist jetzt der Schattenbereich, die Schattenseite. Und jetzt zeichne ich den Baumstamm. Hier wird mein Baumstamm gezeichnet. Den Baumstamm sehen wir auf dem Baum meistens da, wo wir die Schattenflächen auch haben. So, der wächst nach oben. Und eine Sache müsst ihr beachten, wenn ihr Baumstämme oder Äste zeichnet. Je weiter nach oben oder nach außen, desto dünner werden unsere Äste oder desto dünner wird unser Baumstamm. Hier kriegt der Baumstamm auch den Schatten von dem Baum ab. Bis dahin, das wäre die Grenze von dem Schlagschatten. Und hier ist die Lichtseite. Hier kann ich mit wunderschönen Strukturen arbeiten. Ungefähr so. Hier ist auch die Schattenseite. Aber hier ist die Lichtseite. Das Licht kommt von da. Und deswegen zeichne ich hier auch irgendwelche schönen Strukturen. So, hier geht der Baumstamm weiter nach oben oder diese Äste. Und hier diese Zweige. Und wie gesagt, je weiter nach außen, desto dünner, desto feiner werden die auch. Das geht hier wahrscheinlich so durch. Und hier dieser Ast kann man hier nochmal sehen. Und den auch noch. Und hier und da und da. So. Und hier noch mehr. Und immer feiner und dünner. Hier vielleicht noch ein paar feine Äste. Hier könnt ihr ganz deutlich sehen, dass der Baumstamm hier am dicksten ist und je weiter nach oben desto dünner wird er auch. So, hier sind noch irgendwelche Äste. So. Es kann so aussehen. So weiter. Hier sind noch ein paar Blätter auf der Schattenseite zu sehen. Und hier vielleicht noch. Man kann schon die Form von dem Baum erkennen. Wie gesagt, hier ist die Schattenseite und das ist sozusagen die Rückseite von dem Baum. Und vor der Rückseite haben wir den Baumstamm. Ja. Und die Äste. Die sind vor der hinteren Seite des Baumes. Ja. Und hier innen drin kann man deswegen diese Äste auch ganz deutlich sehen. Und es ist so wie eine Überdachung und unter dem Dach hat man überall Schatten. Und da sieht man die Äste. Das ist die innere Seite eines Baumes. Und diese helle Flächen, das sind die, ähm, die vorderen Seiten des Baumes. Die Oberfläche im Vordergrund. Und die kriegt auch hier das Licht ab von der Sonne. Und diese vorderen Seite, die deckt auch die Baumstämme und die Äste zu. Deswegen sehen wir sie hier, also die Baumstämme und die Äste, äh, auf diesen Flächen gar nicht mehr. Diese Flächen decken die Äste und die Baumstämme zu. Ja. Das müsst ihr, das müsst ihr verstehen. Und deswegen sind die auch heller als hier diese dunklen Schattenflächen. Und hier kann ich jetzt auf der Lichtseite die Blätter imitieren, indem ich solche Strukturen zeichne. So. Ich zeichne, ich kann jetzt nicht jedes Blatt einzeln zeichnen, aber ich kann mit Hilfe von so einem Muster die Blätter imitieren. So. Und so wirkt mein Baum ganz lebendig und authentisch und auch plastisch. So. Jetzt wisst ihr, wie man einen Baum ganz schnell und einfach plastisch und lebendig zeichnen kann. Genauso kann man auch Bäume malen. Und wichtig ist, wie ich schon euch erklärt habe, äh, dass man die vordere Seite, diese Lichtseite von der Schattenseite äh, trennt und auf der Schattenseite die Baumstämme und Äste zeichnet. Und noch eine sehr wichtige Sache. Äh, ich wiederhole es nochmal. Je weiter nach außen die Äste, wie unsere Finger, desto dünner werden die Äste und die Baumstämme. Wenn ihr das nicht beachtet, werden eure Bäume nicht lebendig aussehen. So. Das war's schon. Bitte liked das Video und kommentiert es. Ich brauche eure Kommentare. Ich brauche eure Likes. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zeichen eines Baumes oder beim Zeichen irgendeines Waldes. Ja, probiert das aus und schreibt mir, was, wie es euch gelungen ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.